geben sie mal Kars, ich darf mein Mieting nicht verpassen ist eigentlich wie immer du 15 Sekunden und manchmal sogar teilweise weniger ist halt auch sehr viel los momentan bei Twitch weißt genau ich antworte wenn ich sie erst recht ist aber momentan noch sehr viel los bei Twitch um die Zeit je mehr bei Twitch los ist desto schlimmer ist es für uns und du bist mit dem Tablet noch mal ein bisschen benachteiligter als mit dem Computer der Chat kommt sofort an wie ich das Video brauche so lange bis wir es sehen Netflix 8 bis 12 Euro Baba Prime Na ich habe ja jetzt Prime nicht wegen dem Video Dings ich habe es ja wegen da ich sehr sehr viel bestelle und ich möchte dass die Bestellungen auch nächsten Tag ankommen genau so habe ich es wollte ich es eigentlich erklären ist mir aber nicht eingefallen das was Kraxel gemeint hat während der Fahrt ist bei Autorennen noch extremer mit dem Überlegen und dem Denken als bei anderen Spielen man muss doch teilweise fokussiert bleiben ja endlich oder Zeit wird es hier ich habe ja schon immer Prime gehabt seitdem es Prime gibt eigentlich sehr viel bei Amazon bestellen oder nur alles was er hier am Tisch steht ist von der Amazon eigentlich fast Hilfe Auf Wiedersehen nur die Kinderriegel nicht sonst eigentlich alles so wann ruft denn endlich die Uschi an hier wie komme ich jetzt mit der Story weiter zu Gags ich glaube ich überleg das nochmal mit dem Date aber hey ich muss mich doch vorbereiten wir haben doch ein ein Date beim Teufel in der Hölle von daher muss ich doch die Art auf naja ich weiß schon die Art muss ich mich anpassen wie ich da sein soll böse fies teuflisch ne teuflischen Gags muss ich dann sein extremes Tempo okay oh jetzt will einer bestimmt voll schnell fahren hier kommt eine Herausforderung für dich hoffentlich kriegst du keine kalten Füße bleiben sie während der Veranstaltung über der angegebenen Tempo Begrenzung alles klar hier Speed fahren hier ich muss schon ein bisschen üben hier für die Situation nach in der Hölle und zwar speist mich der Teufel ja gleich zum Frühstück du machst das schon ganz gut so ja das geht ja noch bei so Strecken ich müsste eigentlich nicht schneller fahren als die Geschwindigkeit da steht wie ist das denn eigentlich hörst du mich über hs oder müssen wir hier über den Chat kommunizieren ja wie möchtest du denn dass wir kommunizieren eigentlich dann Chat oder was für eine Möglichkeit gibt es denn noch ich habe das kann ich schlecht aufsetzen das Playstation Headset wenn ich jetzt noch mein PC Headset hier an habe also eigentlich Chat ich habe ja Headset auf weist hier habe ich das Headset hier auf und habe dann das andere Headset nicht auf für die Playstation ich habe das gar nicht noch ausgepackt das ist noch das ist noch drin eigentlich in der Packung glaube ich ich habe keine Ahnung wo das ist ist es notwendig dass wir uns hören für die Mission oder oder geht doch ohne ich habe es geschafft wow du bist wirklich abgefahren dann muss ich meins erst gar nicht raussuchen ok passt dann sparen wir uns beide die Mühe und gut ist alles klar wunderbar wunderbar das freut mich hey Xiatrix wie geht es wie steht es schön dass du uns hier besucht besucht in unserer kleinen gemütlichen Runde ich suche jetzt wie es weitergeht hier bei der Story warte mal Einzelspielausforderung einfach alle Abschluss nicht erfolgreich alle 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 Herausforderungsarten Multiplayer Orte für Avatar hier da Leute hier Flughafen muss ich da hin jetzt halt einfach hingehen Flughafen auf geht's Ab nach Hawaii von Ibiza der Wettbewerb geht jetzt auf Hawaii weiter einen interessanten Ort für anspruchsvolle Rennen auf zum nächsten Abenteuer Scheiße Musik ey Fuck Entschuldigung habe ich nie gesagt Kennst du die Szene im im Spiel TDIU also in CDU2 hier wenn du Mausi wenn du dein Auto wäscht dann kommen drei hübsche Frauen sehr leicht bekleidet und waschen ein Auto und da läuft Musik und diese Musik wurde mir sofort von YouTube gesagt hey das darfst du nicht bei der kleinsten es waren nur paar Sekunden das darfst nicht das gehört nicht dir ein Paradies sowohl für Surfer als auch für Rennfahrer ja es ist doch ein Paradies für schöne Autos auf geht's ich werde mal nett sein und dich mein neues Auto fahren lassen yay das ist aber nett ich werde mal nett sein jetzt sind wir in Hawaii gekaufte Häuser super diese Frauen sind so schön ja die ist da voll abgegangen so ich kann wow was war ich denn da yay es ist der Zonder Pagani Zonder kann es sein das habe ich auch doch mich gesucht wow Moment hey Andy da bist du ja wie geht's dir hier ja das ist brutal du das ist brutal Mausi ist ja so dass alles Moment mal leise machen dass alles Lizenz Lizenzen gibt und bei dem kleinsten paar Sekunden ist vorbei deswegen muss ich auch so hier aufpassen Moment gut und dir Gags auch gut so weit so gut sag ich mal da habe ich es direkt gesehen passt K.A. die haben sich da aber auch schon ein bisschen krass wenn es in einem Spiel integriert ist sollte es erlaubt sein eigentlich schon aber die geben an du hast für dieses Lied nicht die Lizenz dass du es zeigen darfst du kaufst ja wenn du das Spiel kaufst hast du die Berechtigung das Spiel zu spielen aber es gehört ja nicht dir und auch nicht die Lizenzen die da mit drin sind ich meine ich meine ist ja klar bei dem einen ähm bei dem Autowash-Dings da bei der Carwash-Anlage war es ja so war ein paar Sekunden war Musik war so eine Melodie zu hören als bei der Crew bei der einen Szene sein Bruder erschossen wurde waren nur zwei drei klimper klimper Instrumente und das wurde auch schon beanstandet also Gags also Gags musst du entweder so fahren dass dein Wagen nicht dreckig wird oder musst du mit dem Schmuddelwagen fahren äh äh bin nicht aktive im Chat sorry musst du ja nicht ist doch kein Problem muss doch nicht jeder aktiv sein ja ich äh es ist ja ein neues Auto muss ich erstmal einfahren ich muss schauen für was das Auto gedacht ist äh quasi ob jetzt für Offroad oder für auf der Straße selber und oder für wie deswegen aber es ist ja nicht mein Auto du weißt von daher kann ich auch gegen die anderen Autos fahren das ist eh nicht meins so jetzt schaue ich ob es für Donuts gut ist dann fahre ich wieder auf der Straße dann fahre ich wieder von der Straße weg und dann entscheide ich mich dafür für was am besten ist zum Rasen mähn ist es auch ein bisschen gedacht Na gut es ist nicht das luxuriöseste aller Häuser aber ich zweifle nicht daran dass du bald jede Menge Geld gewinnen wirst und dir ein schönes Haus kaufen kannst du kannst dir in Ruhe das Haus ansehen wir sehen uns später in der Rennakademie und was hast du heute schon gemacht Gags Racing TestDrival Limited 2 hier so 2 bin ich gefahren hier hört sich nicht dass die Grillen hier eine Melodie zwitschern oh oh die Vögel die Grillen alles ich hoffe das ist ok ich will ein ich will ein wir auf der Gamescom dazu rum reingehauen wow nice so hässliche Kiste aber hat Power du sehr hoch aufgelöst die Mikrowelle sehr hoch aufgelöst wer lässt denn hier eigentlich einfach so das Wasser kochen jetzt wird das schon paranoid das ist echt so hässlich du glaubt nicht was für wieviel ich mit Videos rum übernennen rum versuchen rumfummeln muss jeden Tag hier das ist klappt das ganze was ich hier vorhabe hört sich das Geräusche das zirpen wohl ein wenig in deinem Kopf Keks das auch ja mehr als du denkst mehr als du denkst hier besser zirpen als biiip auf der Anni Night war Alkoholverbot auf der Anni Night war Alkoholverbot ok das ist ja genau richtig für mich ich brauch das ja nicht sagte mir es ist nicht die beste Bude ist voll heruntergekommen das ganze Wasserhand drauf das Wasser kocht also einfach so von alleine mysteriöse Hand hat das Wasser da betätigt schau mal weiter hier paar Zeitschriften tdu2 Community media was haben wir da Wetterkanal Nachrichtenkanal Nachrichtenkanal Neuer Pokal verfügbar so also auf der Gamescom war ich immer betrunken davor und danach ja auch oder nicht so muss das ja auch wir hatten circa 13.000 Besucher wahrscheinlich wow das ist gut ich kann ja eh nicht viel machen also gehe ich wieder raus und schau was es da draußen gibt Garage habe jetzt auch gar keine Autos was ist denn hier diese Anzeigetafel erlaubt es ihnen die Liste aller ihrer Autos einzusehen Liste ok 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 auch wo sie stehen wohl wächst der Wasserhand hat sich an wie Meerschweinchen ist das denn erlaubt bei YouTube Meerschweinchen bringen immer ganz viele Klicks Meerschweinchen und Katzen sowas ist super das passt hier das ist schon erlaubt ja juhu endlich Klicks verlassen in was verlassen ich das jetzt ach so jetzt habe ich mein Auto hier oder was einfach hier hingebeamt